Ja, hallo und herzlich willkommen zurück in der Tesla-Welt. Dieses Mal nicht mit News, sondern mit einem weiteren Beitrag vom Sexy Cars Community-Treffen. Das war das größte Elektroautotreffen weltweit, das wir am 30. Juli 2022 auf dem Messegelände in Hannover durchgeführt haben. Eine der Diskussionsrunden war Tesla in den Medien und da durfte ich tatsächlich auch in hochkarätiger Runde als Gast daran teilnehmen. Zusammen mit dem Christoph Krachten, der als Spiegel-Bestseller-Autor und auch als YouTuber einigen von euch vielleicht schon bekannt ist. Wenn nicht, abonniert bitte seinen Kanal. Und als weiteren Gast in der Runde hatten wir Jochen Rosenkranz, der ein absoluter Medienprofi ist. Er arbeitet für die Deutsche Welle und war auch schon bei ProSiebenSat.1 sehr lange davor. Ja, moderiert hat die Runde Stefan Schwung vom Kanal Schwungvoll. Auch den könnt ihr gerne abonnieren. Und der hat ja seine ganz eigene Geschichte zu Tesla und den Medien. Das aber will ich gar nicht weiter vorwegnehmen, sondern schaut euch die Diskussion an. Es war eine klasse Runde. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Viel Spaß euch. Christoph Krachten, das Buch habe ich jetzt glaube ich eben schon erwähnt, wer es noch nicht mitbekommen hat. Tesla oder wie jeder Maske-Ele, Komobilität revolutionierte. Dann haben wir hier den David Reich von Tesla Welt. Tesla Popcast, muss ich verbreiten, der sollte den ein oder anderen garantierten Leuten sein. Und da man jetzt den roten Kranz schimpft sich auf Neudeutsch. Alles Apple. App of Department Life in Style bei DW, bei der Deutschen Welle. So, also ja, erstmal schön, dass ihr hier seid. Ich weiß noch gar nicht, ob ich stehen bleibe oder mich dazusetze. Ich gucke mal, soll ich mich dazusetzen? Ja, ich gehe mal ein bisschen hier zum Christoph. Okay, ja, also. Wir haben es eben schon mal ein bisschen angeziesert. Das Thema Tesla in den Medien. Jetzt seid ihr alles ausgewiesene, ich möchte schon fast sagen Medienprofis. in jeder seiner Form. Ja, auch du. Und sowieso, sowieso. Das könnt ihr aber gleich nochmal erzählen. Genau. Und lasst uns einfach mal über das Thema reden. Tesla in den Medien ist nicht immer positiv. Und ich bin mir auch sicher, dass jeder von euch da draußen eine Geschichte zu erzählen hat, wo er sich schon mal tierisch über aufgeregt hat, weil wieder etwas dargestellt wurde, wie es tatsächlich gar nicht ist. Und ja, ich würde bei dir, Christoph, einfach mal beginnen, weil ich glaube, da hast du schon mal allein mit deinem Buch eine ganz große Erfahrung machen dürfen, weil normalerweise ist dieses Buch komplett und gar nicht erlaubt. Das dürfte es gar nicht gehen. Wenn es nach, wem geht? Nach einem Verlag, mit dem ich einen Vertrag hatte. Also ich habe das Buch geschrieben, ich habe ja einen Wissenschaftskanal, beziehungsweise das stellen wir jetzt Programm um, aber ich habe sehr viel über das Thema berichtet und habe mir dann gedacht, hey, ich habe jetzt schon so viele Skripte geschrieben zum Thema Tesla, Elektromobilität, da kann ich ja jetzt ein Buch schreiben. So, und dann habe ich angefangen zu schreiben und währenddessen, das macht man als Autor, sucht man Verlag. Und den habe ich dann auch gefunden. Und ich habe mit dem Verlag auch einen Vertrag gemacht. Und den haben wir auch alle beide unterschrieben. Und dann haben wir uns entschieden, wie das Buch heißen soll. Tesla oder wie Elon Musk die Elektromobilität revolutioniert. So, und dann habe ich das Skript abgegeben. Und dann habe ich vier Wochen nichts gehört. Weil dann kam das Lektorat. Ja, genau. Und dann kam eine Mail, in der stand, ja, sie könnten kein Buch veröffentlichen, in dem die These vertreten wird, dass Tesla Technologie und Ökologie zu etwas Positivem verbindet. Und da habe ich mir gesagt, ja, Entschuldigung, das ist Elektromobilität, die spart uns CO2 ein. Was ist das denn sonst? So, und dann ging es um viele Details. Sie haben behauptet, die Fakten würden nicht stimmen. Wer das Buch hat, der weiß, dass eine riesen Faktenliste auch hinterher, hinten dran, die man übers Netz nicht laden kann, mit links, wo man überall draufklicken kann. Also alles belegt. Ja, ich bin dann drauf gekommen, weil ich habe nachher dann einen Motorjournalisten. Und da ist so ein bisschen, liegt der Hase im Pfeffer, einen Motorjournalisten gebeten, auch das Skript zu lektorieren. Und dann haben wir, muss ich mit dem über physikalische Tatsachen diskutieren. Zum Beispiel, dass der Schwerpunkt eines Elektroautos einfach tiefer liegt, weil die Batterie tiefer liegt und deshalb ein Elektroauto sich schwerer überschlägt als ein Verbrenner. Ich kann nichts dran ändern, die Physik ist einfach so. Und dann sagt der Motorjournalist, ja, aber meine Erfahrung. Es ist Verbrennererfahrung, die ist veraltet. Und so sind ja die Diskussionen. Und wenn ich heute zum Teil halt die Berichterstattung verfolge, das gilt natürlich nicht für alles, aber es gibt teilweise Berichte, die wirklich ungetrübt vom Fachwissen, also einfach Quatsch über Elektromobilität verbreiten. Und das ärgert mich schon, weil als ich Journalismus gelernt habe, habe ich gelernt, dass wir der Wahrheit verpflichtet sind. Wir können natürlich, es gibt nicht die Wahrheit, aber wir müssen natürlich nach bestem Wissen und Gewissen recherchieren und diese Recherchergebnisse dann möglichst ohne persönliche Eintrübung verbreiten. Und wenn dann Beiträge laufen, wo das einfach nicht geschieht, dann sage ich, das ist nicht okay. Das ist ziemlich unjournalistisch. Jetzt haben wir jetzt hier mit Jochen jemanden, der ohnehin auch in dieser, ich sage mal, Sphäre unterwegs ist. Du hast viel Erfahrung in dem Bereich. Deutsche Welle ist mir tatsächlich bekannt mit einem Herrn Spahn, der da ganz komische Videos veröffentlicht hatte, mit Titeln wie Irrtum, Elektroauto, was weiß ich. Aber jetzt berichte du mal aus deiner Sicht, wie gehst du mit solchen Themen um? Wenn da wieder jemand aus dem Gebüsch kommt und sagt, ist doch alles Quatsch, was da abläuft. Also, was du jetzt sehst, ist natürlich schon, klingt schon sehr hart. Also das sollte so nicht passieren. Und ich würde dir recht geben, dass der ursprüngliche Verlag hat das mit dem Journalismus offensichtlich nicht so richtig. Ich sage mal so, Journalisten sind dafür da, Fakten zusammenzutragen, Meinungen zusammenzutragen und Menschen die Möglichkeit zu geben, sich eine eigene Meinung zu bilden. Journalisten sind nicht dafür da, eine Meinung in die Welt zu tragen, vor allen Dingen nicht ohne sie zu kennzeichnen. So, und ich finde, es müsste fast ein Menschenrecht sein, dass die Menschen Zugriff haben auf freien Journalismus. Die Deutsche Welle verschreibt sich dem ja. Wir sind ja ein öffentlich-rechtlicher Sender, im Gegensatz zu dem, was man in Deutschland empfängt, werden wir nicht von Gebührengeldern mitzahlt, sondern ja tatsächlich von Steuergeldern. Und wir senden auf der ganzen Welt in 32 verschiedenen Sprachen und versuchen besonders Regionen zu erreichen, in denen eben kein freier Journalismus möglich ist. Wir und ich in meinem Team, wir haben ganz klare Regeln. Wir haben immer eine zweite Person, einen zweiten Redakteur, der die Fakten nochmal checkt. Wenn mir dort auffällt, dass etwas nicht stimmt, wird es eben nochmal nachrecherchiert. Das heißt nicht, dass immer alles mit 100%iger Sicherheit richtig ist. Klar passieren Fehler, aber dann machen wir diese Fehler auch kenntlich und stehen eben dazu, dass da was schiefgelaufen ist. Das, was du jetzt gerade zitierst, ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht geläufig. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe die Deutsche Welle ja nicht erfunden. Ich hatte da seit einem Jahr und jetzt auch nicht in der Autorbetreuung. Nee, auch nicht alles gut. Ich kann sie nachher mal schicken. Aber das ist doch schon ein bisschen älter, da muss man nicht sagen, es sind nur so zwei, drei Jahre. Aber du hast ja im Prinzip recht und ich finde genau das, was du jetzt gerade sagst, dass man dann auch auf gut Deutsch den Arsch und Laufose hat und zu sagen, hey, okay, war vielleicht gerade nicht so richtig recherchiert und dann so ein bisschen zurückzubudern. Es gibt Beiträge von öffentlich-technischen Sendeanstalten. Die WDR kennt jeder wahrscheinlich die Beiträge jetzt aktuell. Das ist mehr ein ZGS auch mal wieder was ganz Tolles gewesen. David, du jetzt als Podcaster, jemand, der wirklich auch viel über Tesla berichtet, wird, wie seht ihr das? Ihr nehmt Beiträge ja auch tatsächlich auseinander oder diskutiert darüber. Hab ich noch erklärt. Also teilweise ja. Und ich mache das aber inzwischen auch nicht immer, weil das einfach auch eben dann zu viel Raum einwandt. Und manche Serfen sind dermaßen unter jeglichen Niveau, dass ich dann auch zum Teil gar keine Lust mache, darüber zu sprechen. Mich hat aber jetzt in der Arbeit auch mit dem Podcast das doch überrascht und auch ein bisschen desillusioniert, was da alles so geschrieben wird. Und ich habe da auch so ein Stück weit Vertrauen vielleicht in so alt hergebrachte Medien verloren, die ich früher für seriös hielt, weil ich mich dann so viel mit dem Thema befasst habe, dass ich gemerkt habe, da gibt es irgendwie eine Diskrepanz zwischen dem, was ich so erfahre, und zwischen dem, was da geschrieben wird. Und das war eigentlich eine sehr ernüchternde Erfahrung auch. Ja, da bist du nicht, weil auch echt Medien, die ich früher als gut, ich weiß nicht, so situatische Zeit, ich beschreibe halt manchmal Schlagzeilen, über das Radio, das ich dann halt gehört habe, weil man genau weiß, was da drin gesagt hat. Aber die nehmen wir doch gerade mit der Mittagelherrung. Also es ist Schlagzeilen. Jeder von euch hat mindestens ein Klick-Pack-Tick-Tack. Das ist ein Witz, dann steht da. Ich meine, oder? Also auf jeden Fall, Ilemaß spricht offen über Insolvenz. Er war jetzt jüngst. Was steckt dahinter? Ja, die Giga-Factories in Texas und Grünheide laufen halt noch nicht so. Was aber nicht unplanmäßig ist. Das ist bei jeder Autofabrik so, dass die erst mal anmacht. Senn sich Produktionshochlaufen übrigens. Er ist Auto, er ist Ingenieur in dem Bereich, er weiß, von was er spricht. Und er hat halt mal Insolvenz angesprochen, nach dem Motto, wenn alles immer so weiterlaufen würde, dann würde Tesla mal insolvent gehen. Oder es gab ja mal die Situation, als die Model 3-Produktion anlief. Da fehlten wirklich nur noch ein paar wenige Millionen. Und wenn er die 5000 Stück nicht pro Woche hinbekommen hätte, wäre Tesla tatsächlich pleite gegangen. Aber im Moment ist das überhaupt nicht die Situation. Aber jeder von uns hier im Publikum weiß, wie oft Tesla eigentlich schon pleite gegangen ist, oder? Die wären ja früher auch fast pleite gegangen. Das ist ja auch... Es kam tatsächlich, dass Aktien im Abzugspaket von Mercedes damals ein bisschen gerettet hatte. Also Mercedes ist ja eingestiegen damals. Und hat mit 50 Millionen erhinten. Genau. Das hat ihn auch damals wirklich in A gerettet. Und deswegen haben ja immer alle erwartet, dass sie pleite gehen. Aber sowas jetzt zu schreiben und in einem Interview, wo Elon Musk einfach nur gesagt hat, ja, eine Autofirma, die ist darauf ausgerichtet, die will dauernd pleite gehen. Und man muss die ganze Zeit dagegen kämpfen, dass sie es nicht tut. Das war eigentlich das Einzige, was er dazu gesagt hat. Und dann schreibt die Süddeutsche sowas. Und ich kriege sowas dann immer gar nicht über die Zuschauer von meinem Kanal, sondern das kommt über Nachbarn, über Onkel und Tanten oder Freunde, die sich damit nicht beschäftigen, weil die lesen das dann. Und die kommen dann auch nicht zu und sagen, hey David, was ist denn da schon wieder los? Und wie ist denn das jetzt? Vielleicht sollst du dich noch nicht so sehr auf Tesla verlassen oder spezialisieren. Und genau. Also ich muss kurz was sagen zum Thema Clickbaiting und Headlines. Alle Medienanbieter, die jetzt was anderes machen als ein gedrucktes Produkt, bekommen stündlich, täglich, wöchentlich Auswertungen auf dem Tisch. Und jeder Redakteur ist natürlich getrieben, dass seine Veröffentlichungen möglichst oft geklickt werden. Das betrifft Artikel auf Webseiten, das betrifft Content in Social Media und so weiter. Und die Überschriften von Artikeln werden in vielen Medienhäusern einfach auch nachschläglich immer wieder SEO optimiert, wenn man einfach merkt, dass die gewählte Headline nicht läuft. Und dass dann am Ende reißerische Headlines bei rauskommen, ist ja eine naheliegende Folge, weil jeder ist darauf ausgetrieben, auch von Reichweitenvorgaben eben möglichst starke Click zu werben. Ich finde, die Frage ist dann eher, was kommt dann in dem Text darunter oder was kommt in dem Beitrag nach der reißerischen Headline. Und spätestens dann, wenn es halt losgeht, dann muss es halt auch einfach sehr, sehr faktisch sein. Und wenn es da scheitert, dann haben wir ein echtes Problem. Aber ich finde noch nicht unbedingt bei der reißerischen Headline. Okay. Es gibt Headlines, die mir selbst bei der Tagesschau uns auch nicht gefallen sind. Da wäre ich früher für rausgeschmissen worden. Zum Beispiel SpaceX Starship beim dritten Versuch nicht abgestürzt. Das Wort nicht war früher in Schlagzeilen verboten, weil es ja nicht das beschreibt, was passiert ist. Deswegen macht es eigentlich keinen Sinn. Und ist sowas heute erlaubt? Würdest du einem Volontär dafür die Ohren langziehen, wenn er eine Nichtschlagzeile macht? Oder würdest du sagen, gut gemacht, das hat doch nicht so viel Klicks? Ja, ich bin ja ein großer Fan von positiven Formulierungen. Also von daher würde ich das, glaube ich, jetzt auch nicht so durchgehen lassen. Also bei mir hieß es damals ja auch, Ingenieur vor dem ersten Arbeitstag bei Tesla gefeuert. Nee, war eben nicht so. Aber es interessiert halt keinen, weil in dem Moment wollte ich nicht mit den Medien sprechen und sie haben sich dann einfach die Geschichte drumherum gebaut und je spektakulärer, desto geiler. Aber ja, ich glaube, ich habe da selber auch schon meine Erfahrungen mitgemacht. Vielleicht darf ich dich dann mal was fragen. Immer. Findest du, dass es besser gewesen wäre, mit den Medien zu sprechen? Weil das ist ja auch sowas, was Tesla immer vorgeworfen wird, dass sie kein PR-Department haben und dass sozusagen immer die Medien anfragen und dann kommt keine Antwort und dann steht jedes Mal drin, und wir haben bei Tesla angefragt, die Aussage wurde verweigert. Wie findest du denn das jetzt so rückblickend mit deiner Geschichte? Gute Frage. Also ich musste Tesla ja die Zusage geben, als sie im Vertrag unterschrieben habe, dass ich eben nicht mit Medien darüber spreche. Insofern war das für mich gar keine Option, mit irgendjemandem dann zu sprechen. Ich bin generell ein Mensch, der sich ungern, aber irgendwie den Mann verbiegen lässt. Und ich glaube, jetzt im Nachgang betrachtet, hätte man vielleicht auch intervenieren können, aber es kamen unheimlich viele Anfragen von den verschiedensten Medien an mich ran, allein mit dem Wechseln und so weiter, dass du dann irgendwann als Semi-Medien-Profi, der du als YouTuber einfach nur bist, also ich meine, das ist ja nichts Wirkliches, bist du damit dann auch schnell überfordert. Und deswegen habe ich dann ganz klar gesagt, in dem Moment, nee, ich rede mit keinem. Heute würde ich sagen, ich würde mir wahrscheinlich vielleicht irgendwie ein, zwei seriöse Quelle mal raussuchen und mit denen dann auch gerne in so ein Gespräch reingehen. Ich habe es ja später dann auch im Raum gemacht, mit Medien, mit denen ich vertraue, wo ich sage, okay, die sind für mich positiv behaftet und die haben die Geschichte dann tatsächlich auch nochmal richtig wiedergegeben, so wie es dann tatsächlich war. Also dann schnoppen wir mal, wie lange die immer hin und her sind. In deinem Fall war es doch so, es wurde ein Interview mit dir erfunden und dann haben andere Publikationen aus diesem erfundenen Interview auch noch weiter zitiert und es wurde durch Copy und Paste immer und immer weiter ein Interview verwehrt, das es gar nicht gab. Also im Prinzip ist das der eine Teil, Sie haben es aus meinem Video rausgenommen, die Aussage aus meinem Video, gemischt mit einem Artikel meiner Lieblings-Gazette BW24 und daraus ist dann eine ganz spannende Geschichte entstanden in vielen Sprachen und die wurde wahrscheinlich sogar, also so rund mit Mann, ins Englische bis in die USA getragen bei Electric und dort auch von Tesla-Mitarbeitern dort gelesen. Wer es dann genau war, weiß ich nicht, aber dieser Mitarbeiter hat einen Draht nach Grünheide gehabt und hat dann angefragt, sag mal, warum weiß die halbe Welt eigentlich, welche Mercedes-Ingenieure in Grünheide anfahren. Ich weiß nicht, ich finde es so interessant daran, dass einfach so viele voneinander abgeschrieben haben und so viel quasi ungeprüft weiterverwendet wird. Das krasse daran, sorry für die Unterbrechung, aber das krasse, am Anfang wurde mein Name noch verfremdet, also da war ich ein komplett anderer Mensch und je weiter das ging, warst du irgendwann dann tatsächlich Stefan Schwung und da habe ich auch gedacht, ich so, Alter, okay, das erste war noch, das warst nicht du, das kann sonst ein Ingenieur gewesen sein und da haben einige Grünheide angefangen. Aber dann wurde es halt irgendwann immer noch konkreter und dann dachte ich, Alter, dreh die eigentlich durch, das ist ja nicht, was sie hier gerade macht. Nee, da steckte ja zumindest bei irgendjemandem in der Copy and Paste geht da doch noch die journalistische Leistung drin, deinen Namen zu beschreiben. Immerhin. Ich glaube, dieses Abschreiben oder Übernehmen ist ein großes Problem in dieser Zeit und ich glaube, es ist auch ein großes Problem für alle, die Influencer sind, YouTuber sind oder Podcaster, weil das ganz oft eben Einzelpersonen sind, die natürlich gar nicht die Zeit haben und gar keine riesige Redaktion hinter sich haben, um was zu machen. Und ich finde, da drin steckt in dieser Zeit, in der wir alle zig verschiedene Social Media Kanäle, abonniert haben und eben Menschen folgen, denen wir auch glauben, da drin steckt eine ganz große Gefahr. Denn es gelingt den wenigsten, selber den Fact-Check zu machen. Und jeder definiert, damit meine ich jetzt wirklich Influencer und YouTuber, jeder definiert für sich so ein bisschen, na, dem vertraue ich, okay, den zitiere ich, aber niemand ruft dann mal die Person an, um die es gerade in dem Artikel geht, den man gerade weiterverwendet. Und von professionellen Medienanbietern mit großen Redaktionen, finde ich, kann man erwarten, dass sie genau das tun. Nach meiner Erfahrung tun sie das auch. Also in meinem Team wird das gemacht. Da wird nicht einfach irgendwas kopiert. Und ich glaube, man muss als Nutzender einfach auch abwägen, Wem vertraue ich? Vertraue ich jetzt jemandem, vor dem ich weiß, der ist zwar sympathisch, aber der ist eine einzelne Person, sind die Fakten wirklich geprüft? Oder vertraue ich eben einem großen Medium, wo ich ihn zumindest erwarten kann und es in der Regel eben auch vorfinde, dass dort eben eine Redaktion dahinter steht, die die Dinge eben prüft? Und was hast du? Ganz kurz, da will ich dich mal eben drauf ansprechen, weil wir da gestern darüber gesprochen haben. Fakten prüfen ist genau das, was Jochen gerade sagte. Wie oft lesen wir denn jetzt gerade aktuell in den letzten Jahren, da brennt schon wieder ein Elektroauto. Und jeder von uns weiß ja, dass Elektroautos mindestens zehnmal häufiger brennen als jeder Verbrenner, tatsächlich. Und deswegen wird das tatsächlich von denen, die es nicht wissen, geglaubt. Haben wir gestern darüber geredet und du hast da ja auch was zu gesagt. Ja, also ich sage mal, als ich angefangen habe als Journalist, das war in den 80er Jahren, da habe ich eins als allerallererstes nicht nur gelernt, sondern eingebläut bekommen. Es gehört zu jeder Recherche eine Gegenrecherche. Also nicht nur, dass man denjenigen anruft, der könnte ja auch irgendwelchen Quatsch erzählen. Man holt sich immer eine zweite Quelle, um einfach das, wenn ich eine zweite Quelle zum Thema habe, die etwas bestätigt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es kompletter Quatsch ist, sehr, sehr gering. Aber wie oft lesen wir heute Meldungen, der und der wirft dem und dem das und das vor. Da weiß ich ja schon anhand des Inhalts, es hat überhaupt keine Gegenrecherche gegeben. Die haben die, weil, das ist nämlich der andere Begriff, den man dann lernt, das habe ich kaputt recherchiert. Die zweite Quelle hat leider gesagt, nichts stimmt überhaupt nicht. Das hat er erfunden. In dem Moment kannst du die Geschichte nicht mehr bringen. Und da ist heute teilweise wirklich so der Drang von Kolleginnen und Kollegen, dass sie sagen, ich recherchiere mir die Geschichte doch nicht kaputt. Ich schreibe einfach das, was man dir gesagt hat. Aber eigentlich ist das journalistisch überhaupt nicht korrekt. Und das finde ich halt bei vielen Berichterstattungen, gerade im Bereich Elektromobilität. Also es gibt zwei Bereiche. Es ist einmal Elektromobilität und einmal Elon Musk. Bei Elon Musk hat man es leicht, weil da kann man immer sagen, Tesla hat einen Kommentar verweigert und kann irgendwas schreiben. Und bei Elektromobilität, da habe ich das Gefühl, es steckt so ein bisschen drin, weil so über mein Buch ist so gut wie nicht berichtet worden. Also obwohl es so ein heißes Thema ist, Spiegel Bestseller. Und es ist trotzdem Spiegel Bestseller geworden. So, und mein Gefühl ist, ich habe ein längeres Telefongespräch mit einer bekannten Moderatorin gehabt und die sagte dann, wieso? Ich fahre zwar einen Verbrenner, aber der verbraucht nur 6 Liter auf 100 Kilometer. Und dann fährt die Kollegin mit ihrem Porsche durchs Ahrtal, wohlgemerkt, am Wochenende und postet das auf Instagram, ich habe ein schönes Wochenende. Und da muss ich sagen, da stimmt doch irgendwas nicht. Oder da gibt es ein Problem. Und das Problem ist, dass ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die fahren halt noch Verbrenner, so, die fühlen sich jedes Mal persönlich angegriffen. Wenn jemand sagt, okay, wenn du einen Verbrenner fährst, dann ist das aber lebensgefährlich, weil da stirbt vielleicht der eine oder andere. Im Ahrtal zum Beispiel. Oder in den letzten 30 Jahren gab es nach wissenschaftlichen Untersuchungen etwa 20 Millionen Lezitote. Also der Verbrennermotor fordert ganz konkret Tote. Und die fühlen sich, glaube ich, zum Teil wirklich persönlich angegriffen, wenn sie darüber dann so berichten wollen. Und dann ziehen sie alle möglichen, ich sage mal, Fakten, Fakten irgendwo her, um zu nachzuweisen, dass Elektromobilität doch nicht so toll ist. Und ich will nur einen super Fakt zum Beispiel, und da muss ich ganz großen Respekt vor Harald Lesch, der öffentlich gesagt hat, tut mir leid, das war alles Quatsch, was ich vorher gesagt habe, Elektromobilität ist doch tatsächlich besser. Den haben sie halt mal vor dem Karren gespannt und der hat eine Reportage. Ja, absolut Respekt für diesen Kollegen. Weil der hat sich mal vor dem Karren sperren lassen. In Chile hat er aus der Kamerwüste berichtet, 20 Millionen Kubikmeter Wasser jeden Tag für Lithium. Ja, bei diesen Themen sage ich mal, rechnet doch mal aus, wie es bei Benzin und Diesel aussieht. Für Ölförderung werden jeden Tag 10 Milliarden Kubikmeter Wasser gebraucht. Da müssen wir uns mal freuen, dass da so viel weniger Wasser gebraucht wird. Und das fällt so oft unter den Tisch, weil das ist auch Aufgabe von Journalisten, einfach mal alles ins Verhältnis zu setzen und nicht irgendeine Zahl in den Raum zu werfen und dann sagen, oh, die ist aber schlimm, die Zahl. Ich will eine Sache sagen, die mir sehr wichtig ist. Ich wehre mich ein bisschen gegen diese ganz allgemeine Medienstelte. Du hast es schon richtig adressiert, glaube ich. Ich glaube, es geht um einzelne RedakteurInnen, die so ein bisschen fremdeln mit so einem neuen Thema. Ich möchte aber ganz klar sagen, dass wir in Deutschland einen guten Journalismus haben. Ich bin froh, dass es öffentlich-rechtliches Fernsehen gibt, Radio, öffentlich-rechtliche Online-Seiten und so weiter. Damit gibt es ja das, was ich vorhin schon mal sagte, sozusagen das Recht auf freien Journalismus hat man ja als Gebührenzahlende in Deutschland. Das ist erst mal sehr, sehr gut. Und es gibt aus meiner Sicht, wie es ist nie begegnet, keinen systematischen Widerstand gegen die Berichterstattung von Elektromobilität. Ich glaube, wenn, dann hängt das an einzelnen RedakteurInnen, die damit eben fremden. Und das ist, glaube ich, dieser Widerstand, den es bei allem gibt. Die Leute fremdeln mit Neuem. Und ich glaube, wir dürfen das jetzt nicht verallgemeinern. Wir müssen da auch ein bisschen aufpassen, weil auch gerade diese Begrifflichkeit Fake News ist sehr belastet. Die hat Donald Trump geprägt, die hat die Querdeckerbewegung geprägt. Da müssen wir schon, finde ich, uns ein bisschen klar machen, dass wir jetzt hier nicht über die bösen Medien... Nein, nein, absolut nicht. Man muss ja auch selber aufpassen. Man muss ja auch selber sehr aufpassen, weil man Fake News eben ganz schnell selber verbreitet. Habe ich heute wieder gemacht. Ich habe, glaube ich, die falsche Zahl der Elektroautos getwittert, die hier stehen. Ganz, ja. Es passiert halt schnell. Passiert schnell. Und wie viele Quellen recherchierst du so, wenn du über Themen redest? Also sagst du, ich habe da so meine eine oder andere Quelle, auf die verlasse ich mich oder machst du das, was jetzt hier auch immer gerade gesagt wurde, ich checke es tatsächlich gegen und gucke auch nochmal, passt das. Also ich versuche, mehrere Quellen zu haben und dann kommt es immer so ein bisschen auch drauf an. Ich meine, manche... Ich habe jetzt ein reines Tesla-Thema, Tesla News. Das heißt, viele Sachen kommen auch von Tesla selber. Das heißt, da ist die Quelle Elon Musk oder der Quartalsbericht oder Zahlen, die im Impact Report, das ist so der nachhaltige Report bei Tesla stehen und denen, da kann man dann diskutieren, ob man denen vertrauen sollte. Das ist natürlich auch eine berechtigte Frage, ob die Zahlen okay sind, die jetzt Tesla als Unternehmen veröffentlicht. Ich habe da großes Vertrauen. Ja, wenn sie verbrennen, wie viele batterieelektrische Autos bei Tesla brennen, das wissen die halt auch, weil alles vernetzt ist und sie genauen Zugriff auf die Unfallzahlen oder auch eben den Vorfeld haben, wenn mal ein Auto brennt. Und deswegen, das kann eigentlich, können auch andere gar nicht so genau feststellen. Wer soll das sonst feststellen? Die Polizei oder die Feuerwehr vielleicht noch? Aber sind die national so vernetzt, dass sie dann die Zahlen wirklich haben? Das ist wirklich so einfach, diese Zahlen. Wird aber auch gegen Tesla verwendet, tatsächlich. Weil sie gehen auch offen damit zu, wie viele Unfälle passieren, zum Beispiel zum Thema Autopilot. Wie oft wird Tesla gegen die verwendet? Ja, absolut. Weil es dann auch ganz normal zu jedem Unfallvorgang schon fast eine Untersuchung von den amerikanischen Behörden gibt. Das sind vollkommen, dafür sind die da. Die sollen das machen. Die müssen das überprüfen. Und dann gibt es halt, ja, okay, es werden so und so viele Unfälle gerade schon wieder untersucht. Und das wird gegen sie verwendet, ja. Das stimmt. Aber, also meine Erfahrung ist eben gerade in diesem Bereich, wenn irgendeine Meldung kommt, ich warte dann immer. So 15 Minuten. Und dann kommt irgendeiner, der diese Meldung positiv oder negativ auseinander nimmt. Also die zweite Quelle kommt von selbst. Beispiel, BYD baut mehr Elektroautos als Tesla. Ich glaube, es war wirklich eine Fünfte Stunde später oder vielleicht eine halbe Stunde später, da kam der Post, Moment, ich habe mir das mal angesehen, ihr habt ja die Hybridautos mitgezählt. Das stimmt gar nicht und die Zahlen sind in Wirklichkeit so. Das kommt relativ schnell. Und wir haben ja eine gewisse Erfahrung, das gehört ja auch zum Journalismus mit dazu, dass man in einem Thema drin ist und aus dem Grunde schon einfach was einordnen kann. Und wenn dann eine bestimmte Meldung kommt, keine Ahnung, der Autopilot baut viel mehr Unfälle als andere, dann weiß man aufgrund der Recherche, die man schon Monate oder Jahre lang zu dem Thema gemacht hat, klingt für mich unwahrscheinlich, werde ich jetzt erstmal so nicht wiedergeben. Lass mal abwarten, was dann nachkommt. Oder wenn man halt dringend ist, dann muss man nachrecherchieren. Dann muss man mal beim ADAC anrufen oder bei anderen Verbänden oder auch mal bei BEM hier oder sonst was. Es gibt ja genügend Quellen, die man dann kontaktieren kann. Und das ist halt, finde ich, die journalistische Aufgabe. Und ich will auch keine Medienstelte machen, aber es gibt halt, und das will ich auch gar nicht sagen, die Öffentlich-Rechtlichen, es gibt bei Medien halt Journalisten, das ist für mich das schlimmste Beispiel, ist die Bild-Zeitung, die machen, und zwar teilweise aus eigenem Antrieb Kampagnen-Journalismus. Und es gibt Dokus, es gibt eine Elektroauto-Doku auf Arte, die ist unter aller Kanone, es gibt eine Elektroauto-Doku auf MZDF, die ist unter aller Kanone, da sind einfach 80% Falschbehauptungen drin. Und das finde ich extrem ärgerlich. Du was dürfst du so einem Sender, und zwar, eigentlich sind die Sender ja so aufgebaut. Wie du gesagt hast, es gibt einen Journalisten, eine Journalistin, die bereitet dem Film das Skript vor, dann gibt es einen Redakteur und eine Redakteurin, die nimmt das ab, die hat ja auch Erfahrung und kann nochmal kritisch nachfragen. Und wenn es heikel wird, kann man immer noch zum Redaktionsleiter gehen. Bei dieser ZDF-Doku hat mir der Chefredakteur des ZDF zurückgeschrieben, wie heißt er noch, der gerade Aktuelle, du weißt es, na egal, er hat mir zurückgeschrieben, ja, dass Elektroauto so toll wären, das sei ja gar nicht erwiesen. Da gibt es ja einen Brief, der sei von 170 Wissenschaftlern unterschrieben worden, ihr kennt den Brief, das sei ja gar nicht so. Das hat er mir verlinkt in einer E-Mail-Antwort. Und wenn man da draufklickt, dann sieht man diesen Brief und er ist nicht von 170 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unterschrieben, sondern von sechs Verbrenneringenieurinnen und Ingenieuren. Das heißt, der Chefredakteur des ZDF hat da versagt und hat in einem eigenen Ding, was er mir geschickt hat, einfach eine Falschbehauptung weitergeschickt. Institut für Grünentechnik war das. Ja, genau. Die mit einem Klick, mit dem Klick auf den Link, den er mir geschickt hat, nachprüfbar war. Und da muss ich sagen, das ist einfach, und das meine ich, es ist handwerkliches Komplettversagen. Sowas darf nicht passieren. Der ist dafür da, um das Peter frei. Der ist dafür da, damit das nicht passiert und der schenkt mir einfach die vorformulierte Mail der Redaktion weiter. Das ist einfach, da muss ich sagen, Leute, so geht es nicht. Ich möchte mal ganz kurz, wir haben tatsächlich jemanden aus dem Publikum. Du hast eine Frage? Nein, ich wollte nochmal eben zum Großen zurückkommen, damit wir nicht so sehr über die Befindlichkeiten von Elektroautofahrern nur reden, weil das hat für mich so ein bisschen Jammerkultur. Aber das ist das Thema hier. Ja, aber das ist ein bisschen Jammerkultur. Aber das ist das Thema hier. Das ist das Jammerkultur-Thema heute. Sollten wir machen, sind wir für geeignet. Ich wollte einen Einspruch machen zu dem, was David gesagt hat. Die Wiedergabe von Pressemitteilungen, von reinen Pressemitteilungen eines Unternehmens ist kein Journalismus. Ein Journalismus ist, wenn ich Pressemitteilungen einordne, auf ihre Fakten überprüfe und dem Leser, dem Zuhörer, dem Zuschauer transparent mache, ob diese Fakten auch stimmen. Das als Einspruch da. Jetzt auch das andere Thema noch, was ich den Medien vorwerfe, ist, dass in der Regel die Investigativformate, die wir alle kennen, Monitor etc., Dinge zu Skandalen hochjetzen, die keine sind. Und das können Sie sich einfach ausrechnen, wenn Sie gucken, da werden ungefähr vier Skandale pro Sendung produziert. Die Sendungen laufen alleine mit öffentlich-rechtlich. Machen Sie davon acht Stück. Dann rechnen Sie mal acht, mal vier. Und dann fragen Sie sich, leben wir in einem Land, das so viele Skandale produziert? Und die Antwort ist natürlich nein. Das Problem ist aber, die Sendezeit muss gefüllt werden. Und da werden halt Dinge hochgejetzt, die gar keine Skandale sind. Und das hat den negativen Effekt, dass die Skandale, die wirklich wichtig sind, die gehen unter, weil die anderen eben hochproduziert werden. Und das finde ich sehr schade und das werfe ich den Medien vor. Das werfe ich nicht dem Deutschlandfunk, aber das tatsächlich, oder Deutsche Welle, das sind tatsächlich Sende, die ich noch gerne höre, aber WDR 5, da würde ich schon meine Fragezeichen ersetzen. Wenn ich da kurz noch... Ja, gehen wir drauf an damit. Das ist schon klar, ich wollte eigentlich damit sagen, dass es Sachen gibt, über die ich jetzt zum Beispiel berichte, wo die Datenquelle einfach Tesla selbst ist. Und wo auch kein Mensch, kein Mensch kann wissen, wie viele Teslas weltweit gebrannt haben. Das weiß einfach nur Tesla selber. Und wenn sie dafür eine Zahl veröffentlichen, dann kann ich da jetzt glauben oder eben nichts. Und ich sage sowas ja dann dazu, dass die Zahl von Tesla kommt und machen sie regelmäßig, dass sie da Zahlen zu veröffentlichen. Und ja, natürlich, da ist es halt dann sehr schwierig, das als nochmal eine zweite Quelle einzuholen, in so einem Fall. Ansonsten frage ich mich halt auch immer, und vielleicht können wir darüber auch noch ein bisschen sprechen, was die Motivation dahinter ist. Das versuche ich dann immer so für mich herauszufinden. Einerseits, okay, Clickbait verstehe ich. Kommt dann immer darauf an, welches Medium das ist. Da bin ich dann im Einzelfall dann vielleicht ein bisschen enttäuscht oder enttäuschter, je nachdem, wenn die Bildseite unterschreibt. Na gut, okay, habe ich jetzt auch nichts anderes erwartet. Und ich finde aber eben auch die Frage spannend, ob inwieweit wir da auch selber ein bisschen dran schuld sind, natürlich, weil wir Social Media benutzen und ich benutze das massiv, auch für mich als Nachrichtenquelle und als Informationsquelle, weil ich benutze hauptsächlich Twitter, weil das schnell ist, weil ich darüber Infos kriege und das sehr spannend ist. Und ich weiß aber natürlich, dass Twitter von Werbung lebt und darauf optimiert ist, dass ich möglichst viel Engagement zeige und möglichst lange Twitter benutze und möglichst lange das lese. Das heißt, Twitter zeigt mir die Sachen, die ich eh toll finde. Ja, das ist schon mal im Prinzip total schlecht, weil ich dadurch ja abgeschirmt werde von Kritikern, von anderen Meinungen. Das geht ja alles flöten. Ja, und ich sitze sozusagen da und werde immer mehr in die Social Media Bubble reingezogen und höre am Schluss nur noch das, was ich Social hören wollte oder eh schon wusste und gebe auch damit so ein bisschen oder biete eine Angriffsfläche oder eine Plattform und da dann irgendwann sehr mono, beziehungsweise der Algorithmus, der Algorithmus, der passt sich da ja auch noch drauf an. Du bist nur noch in dieser Bubble. Also man muss dazu sagen, es gibt ein wunderbares Video von einem Wissenschaftskanal Veritasium und das Video heißt so ungefähr Mein Video has gone viral, that's why. Und das erklärt ganz wunderbar, warum soziale Medien Boulevard sind. Sprich, warum Clickbait-Überschriften besser sind. Ich habe das jahrelang im Wissenschaftsbereich gemacht. Ich habe immer versucht, und das ist mir nicht immer gelungen, aber ich habe immer versucht, Überschriften zu machen, die die Leute wirklich catchen, weil das ist der Job, die aber nichts versprechen, was nachher nicht in dem Text, der darunter ist, erfüllt wird. Und das finde ich teilweise, wenn diese Grenze überschritten wird, in den sozialen, oder überhaupt in den Medien, dass die Überschrift gar nicht das wiedergibt, was wirklich passiert wird. Und der letzte, das letzte, ja wirklich, schlimme Beispiel war in der Bild-Zeitung, wo die Bild-Zeitung getitelt hat, unsere Intensivstationen waren nie überlastet, hat hier unser Gesundheitsminister gesagt. Das hat er so erstens nie gesagt. Das ist einfach, das ist Clickbait, wie es nicht sein darf, weil die Überschrift ist so falsch. Und das finde ich, da ist eine Grenze überschritten, die darf man nicht überschreiten. Absolut. Ich möchte kurz nochmal eingehen auf das, was du machst. Das, was du in deinem Podcast machst, ich habe mir jetzt ja auch mal in ein paar Folgen davon angehört, das hat eine totale Berechtigung. Und du erwähnst ja auch gelegentlich, dass du Fan bist. Und du bist aber trotzdem so, in meiner Wahrnehmung, so ein bisschen so der Steffen Seibert von Angela Merkel, der im Prinzip übersetzt, was die Meldungen von Tesla bedeuten und du ordnest sie ein für Fans. Das hat eine Berechtigung und ich glaube, du machst das auch gut, aber eben für die Zielgruppe Fans. Eine Berichterstattung über die Sorgen der Bewohner von Grünheide oder eine Berichterstattung über die Baugenehmigungen des Werks dort würde ich bei dir erstens gar nicht erwarten und vielleicht würde ich dir auch nicht wirklich glauben oder deine Neutralität dir abnehmen, weil du ja eigentlich dich eben an Fans richtest. Und dadurch kann ein gewisser Effekt entstehen. Wenn du sozusagen für deine Barre, also für die Menschen, die hier sind, also für Fans von Elektromobilität und für Fans von Tesla Programm machst und diese Menschen durch den Algorithmus immer mehr Content ausgeliefert bekommen von Menschen, die für Fans Content machen, dann bekommt man in Social Media sozusagen die kritische, in Anführungszeichen, Berichterstattung nicht mehr ausgespielt. Und dann entsteht plötzlich etwas ganz anderes. Wenn man dann doch mal irgendwo was hört, da irgendwie gibt es Probleme mit dem Grundwasser, dann entsteht im Kopf sehr schnell, das ist Fake News. Ich habe so viel Positives gehört und plötzlich höre ich jetzt das. Das kann doch gar nicht sein. Damit will ich nicht sagen, dass du irgendwie etwas falsch machst. Aber ich will damit sagen, dass es wirklich wichtig ist, welche Quellen man hat und dass man eben über Influencer hinaus, die halt irgendwie Fans sind und einen klaren Auftrag haben, einfach auch noch anderen folgen muss, die einfach andere Standpunkte einnehmen oder die eben neutrale Medien sind. Gut, da möchte ich aber auch, da haben für mich gerade beim Thema Wasser, nicht Grundwasser, die Medien auf kompletter Breite versagt bei der Diskussion der Fabrik von Grünheide, weil sie auch hier eine Zahl in den Raum gesetzt haben und nichts ins Verhältnis gesetzt haben. Die Fabrik in Grünheide braucht 1,4 Millionen Kubikmeter Wasser jedes Jahr. Die Braunkohleseen in Brandenburg und Sachsen, wenige Kilometer entfernt, verdunsten jedes Jahr 90 Millionen Kubikmeter Wasser. Um die Tagebauseen zu befüllen in den nächsten Jahrzehnten, werden 6 Milliarden Kubikmeter Wasser verbraucht, gebraucht. Das heißt, die Elektromobilität ist hier auch viel umweltfreundlicher als die fossile Förderung von Braunkohle. Und das ist nie in Verhältnis gesetzt worden. Keine Berichterstattung, ich kenne keinen Artikel, keinen Fernsehbericht, wo diese Zahlen ins Verhältnis gesetzt worden sind. Und da muss ich sagen, und das auf ganzer Breite öffentlich-rechtlich, privat, da ist komplett versagt worden. Und wenn du jetzt sagst, Fans von Elektromobilität, da würde ich, wenn mir einer sagt, ich bin ein Tesla-Fan, sage ich, nee, das bin ich nicht. Wenn die Scheiße brauchen, dann sage ich es auch. Aber ich bin ein Fan von Elektromobilität. Weil ich bin ein Fan des Überlebens der Menschheit. Und da finde ich das Wort Fan nicht richtig. Wir sind engagierte Menschen, die sich für das Überleben einsetzen. Und wenn unser Verkehrsminister sagt, man muss das ins Verhältnis zu den Mobilitätsbedürfnissen setzen, muss man sagen, was denn? Ja, das Überleben unserer Kinder. Die werden gegrillt, wenn wir hier ohne Ende mit einem Zerbrenner fahren. Und das finde ich so eigentlich eine falsche Haltung bei vielen Journalistinnen und Journalisten. Dass das nicht berücksichtigt. Wenn wir hier nicht auf die Bremse treten, wie wir heute durch Volker Quaschnig und viele andere schon gehört haben, dann sterben wir. 20 Millionen Hitzentote in den letzten 30 Jahren. Verursacht mit durchaus verbrennenden Toren. Das kann man einfach nicht verneinen. Und wenn ich sowas schreibe, dann kriege ich immer an, das ist doch alles Quatsch. Nee, ist kein Quatsch. Das ist so. Wir müssen hier was tun. Und das finde ich teilweise bei der Berichterstattung fehlt im Hintergrund. Und das wünsche ich mir mehr. Es geht nicht um irgendeine Ideologie. Es geht überhaupt nicht um Ideologie. Es geht nur ums Überleben. Und da fehlt mir teilweise wirklich nicht verständlich. Und da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Wie wir überleben. Aber nicht, dass wir überleben. Ich versuche das dann auch immer mit mehr Zeit zu bekämpfen. Also, und ich glaube, da haben viele Journalisten, die was schreiben müssen. Die haben natürlich überhaupt nicht die Zeit, die ich da reinstecke oder die auch noch andere Leute da reinstecken. Und klar bin ich Fan, klar bin ich sicher nicht unparteiisch in der ganzen Elektromobilitätsgeschichte und auch nicht in der Tesla-Geschichte. Aber ich, wenn ich was nicht verstehe, zum Beispiel, sowas mit dieser Wassergeschichte, fand ich höchst spannend, auch wie das in den Medien eben behandelt wurde. Und das war aber ein Thema, wo ich mich zum Beispiel jetzt überhaupt nicht auskenne. Muss ich einfach sagen. Da habe ich keine Ahnung von. Was weiß ich, wie viel Wasser das verbraucht. Und man kann sich dann eben viel damit befassen. Und ich habe zum Beispiel dann da ein Interview mit dem Alex Buch gemacht. Ja, ich wollte euch mal fragen, du lädst dir dann aber Leute ein? Genau, ich lade mir dann Experten ein, die, das sind auch vielleicht Fans, aber das sind halt Leute, die zum Beispiel im Falle vom Alex Buch, der das hauptberuflich macht, der sich nur damit befasst und der liest dann diese ganzen Gerichtsurteile durch und steckt da Stunden rein, die selbst ich überhaupt nicht da reinstecken kann. Und mit dem rede ich dann darüber. oder bei dem als das aus dem ESG-Index geflogen ist, da habe ich halt dann mit einer Expertin, die bei Moody's gearbeitet hat, ein Interview gemacht aus den USA und versucht darüber dann mit Leuten zu reden, die sich da eben extrem viel besser auskennen noch, als ich es vielleicht tue, um da eben dann mehr Input zu haben und auch Mut zu guten Infos zu haben. Und ich glaube, das ist so ein entscheidender Punkt. Genau was du eben sagtest, dann gibt es plötzlich ein Thema, dann ist der Experte gerade im Urlaub und dann heißt es so, das machst du mal eben. Du hast aber jetzt Ahnung von Dampfloks und nicht von der E-Mobilität. Und was da rauskommt, das sehen wir halt leider viel zu häufig noch. Also gut, du hast es jetzt eben nochmal gesagt, Jochen, klar gibt es dann immer noch jemanden, der das gegenliest, Fakten checkt und so weiter. Ich glaube aber gerade bei so, ich sag mal Breaking News oder so, da wird glaube ich ein wenig gecheckt, weil da kommt eine Meldung und dann heißt es, wer zuerst kommt, der wird zuerst gelesen. Oder? Ja, also weiß ich nicht. Also die Breaking News ist ja oft auch erstmal eine Aussage. Der und der hat das und das gesagt. Damit macht man ja erstmal nichts falsch, wenn man sich sicher ist, dass die Person das gesagt hat, man gibt es weiter oder das und das ist passiert. Aber es gibt echt einen Unterschied zwischen einer News und einer tiefgründigen Berichterstattung. Und deswegen kann man jetzt bei der News erstmal nicht vorwerfen, dass da jetzt irgendwie vielleicht die Gegenseite noch nicht drin ist. Das passiert dann vielleicht in den nächsten Stunden oder in den nächsten Tagen. Aber was ich sage, was sonst ist, also jetzt diese Wassergeschichte ist so ein Beispiel, ist aber so generell, und da kannst du vielleicht auch klären, das Bemühen, mehr Hintergrund zu vermitteln. Zum Beispiel, wir diskutieren jetzt alle im Sommer über Dürre und Wasser. Aber keiner geht mal so tief und sagt, wann entstehen denn überhaupt die Probleme? Wir haben in Berlin, ich komme aus Berlin, kein Wasserproblem. Überhaupt nicht. In 20 Jahren werden wir ein riesiges Wasserproblem haben in Berlin. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr genügend Wasser haben, um die Stadt und auch die Gigafactory und so weiter mit Wasser zu versorgen. So, in Stuttgart haben sie eine Wasserleitung übrigens gebaut, da sitzt Daimler, das Wasser würde niemals reichen, um dort Fahrzeuge zu produzieren. Die haben eine Wasserleitung vom Bodensee nach Stuttgart gebaut. Vor vielen, vielen Jahren. Sowas wird alles nötig sein und das müssen wir eigentlich diskutieren und das müsste eigentlich in den Medien mal dargestellt werden. Was ist denn überhaupt eine Lösung für Berlin? Die müssen wahrscheinlich eine Entsalzungsanlage irgendwo in der Nähe von Rüben bauen und ein riesen Rohr nach Berlin legen, sonst wird das nichts mehr. Weil, wie wollen die die ganzen Tagebau sehen wollen? Und so weiter. Und das ist aber, das ist ja auch nur ein Schlaglicht, weil wir werden dieses Wasserproblem überall bekommen. Und zwar teilweise in überhöhten Mengen, siehe Ahrtal. Da ist man ja schon ein bisschen dran, dass man die Städte darauf vorbereitet. In Köln wurden riesen Hofraserschutzmauern gebaut. In anderen Städten versucht man auch Rückhaltebäcken zu bauen und so weiter, aber immer ist sehr langsam. Und auf andere Seite werden wir Wassermangel haben, weil wir einfach so Extremwetterereignisse haben. Aber es gibt so wenig grundsätzliche Berichterstattung über solche Themen. Man hat das Gefühl, die Kolleginnen und Kollegen werden immer, die rennen immer der aktuellen Sau hinterher, die durchs Dorf getrieben wird. Aber die merken gar nicht, dass da gerade eine Herde Kühe vom Dorf verdurstet und demnächst nichts mehr zu essen gibt. Und das ist so, was ich so, das wäre meine Medienkritik so im Allgemeinen. Und ich sage, das finde ich wirklich so, über die gesamten Medien, finde ich dazu, ist eben eher eine Skandalisierung da. Von Grünheide gab es ja x Berichte auf Frontal 21, wo man sich danach gefragt hat, ja und wo ist denn jetzt das Problem? Oder letztlich gab es auch eine Lidl-Reportage, da wurde sich ernsthaft darüber beschwert, dass die Bananen grün importiert werden und dann gereift werden lassen in den speziellen Häusern. Das geht anders nicht. Die Bananen werden so behandelt seit 100 Jahren und da fragt man sich, diese Skandalisierung wird eher gemacht, als dass man mal einen vernünftigen Hintergrund gerichtet macht, der uns wirklich die Probleme, die wir haben, vor Augen führt. Ja, also die dicke Leitung von der Ostsee nach Brandenburg liegt ja, das ist Nord Stream 2. Ich glaube, an Land ist sie fertig. Vielleicht kann man sie nutzen in 20 Jahren. Ich glaube, es ist so ein bisschen so wie du sagst, ich wohne ja auch in Berlin und ich glaube, die Wahrnehmung der Berliner war immer, wir sitzen hier auf dem Sumpf, wir haben genug Wasser und ich glaube tatsächlich, dass jetzt durch die Giga Factory dieses Bewusstsein für Wasserknappheit kam und das sagt ja auch niemand, zumindest ist es mir nicht begegnet, dass das Wasser jetzt in vier Wochen weg ist, sondern es hat ja diese Perspektive und ich glaube, das Thema ist jetzt entstanden und es wird da sicherlich jetzt eine Beschäftigung, eine Auseinandersetzung mit geben, aber ich finde es ja grundsätzlich erst mal gut, dass Medien dort gesagt haben, ja toll, dass hier Arbeitsplätze entstehen, okay, super, super, aber wir haben hier irgendwie eine komische Dehnung von Genehmigungsverfahren, ach und dann gibt es hier noch den Verbandschef vom Wasserverband, der sagt, das Wasser geht aus. Also das dann, darüber erst mal zu berichten, ist ja absolut richtig wichtig und wichtig. Also quasi sagst du, Jochen, dass das Thema Negativberichterstattung eigentlich auch wieder eine Chance ist. Es geht ja nicht um Negativberichterstattung, sondern darum, verschiedene Fakten zusammenzutragen, verschiedene Meinungen zu haben, verschiedene Meinungen zu zeigen und dazu beizutragen, dass sich Menschen eine Meinung bilden können. Ich finde, Journalisten sind nicht diejenigen, die die Lösung haben müssen. Dafür gibt es irgendwie Wissenschaftler, Politiker und so weiter. Und vielleicht ist es so, dass manchmal zum Zeitpunkt der Veröffentlichung eine Seite nicht drin ist, weil sie vielleicht, vielleicht würde sie vergessen zu fragen, vielleicht gibt es keine valide andere Seite. Aber es ist doch trotzdem erstmal gut und wichtig zu sagen, hier gibt es Menschen, die sagen, es gibt folgendes Problem. Ja, worum wir es lehnt eigentlich nochmal, um auch dieses Thema des Gesprächs nach vorne zu bringen. Man sieht halt ganz oft in den Medien, meinetwegen ist jetzt mal wieder ein 80-Jähriger mit seinem Auto die U-Bahn-Treppe runtergefahren oder so. War jetzt auch in Bremen gerade wieder was ein ähnlicher Fall. Dann steht da halt, ein 80-Jähriger ist eine U-Bahn-Treppe runtergefahren. War es aber mit einem Elektroauto. Steht dann da, ein 80-Jähriger ist mit seinem Elektroauto die U-Bahn-Treppe runtergefahren. Als ob das Elektroauto dafür der Grund ist. Und sowas meine ich. Warum, bitteschön? Es interessiert keine Sau. Es geht darum, dass ein 80-Jähriger jetzt irgendwie eine Rampe mit einer Treppe verwechselt hat. Aber es wird immer besonders hervorgehen, hey, in diesem Fall war es jetzt aber ein Elektroauto. Denk mal drüber nach. Ja, das kann jetzt auch selektive Wahrnehmung sein. Wenn der steht, der ist mit seinem Opel da runtergefahren, würdest du dich als Opel-Fahrer darüber aufregen. Also, ich glaube, dass es das interessanter macht. Das ist halt auch wie Tesla als Thema polarisiert und Elon Musk natürlich auch ganz stark polarisiert. ist das einfach etwas, was interessanter klingt, als wenn du schreiben würdest, du hast so mit dem Auto runtergefahren. Das ist dieses berühmte Thema, das hatten wir ja vorhin, die Überschriften. Wir leben halt in dieser Zeit, wo sich einiges in den Medien verändert hat, wo sowas, was die Bild-Zeitung macht, quasi zum Standard bis zur Tagesschau geworden ist, das haben wir ja schon festgestellt. Und das macht es für so eine Neuentwicklung schwierig. Ich wünsche mir generell im Journalismus mehr Professionalität und zwar über alle Medien und ich sage nicht, dass das generell ein Problem ist, aber ich sage mal so, es gibt mir zu viele Ereignisse, wo ich sage, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Ich finde, wir haben vielleicht ein generelles Ausbildungsproblem mit Journalisten. Es gibt ja immer noch keine Stadt. Jeder kann mehr, ich kann jetzt sagen, also ich kann sagen, weil ich es seit 40 Jahren mache, aber ich hätte es auch mit 15 sagen können, ich bin Journalist. Es gibt keine Prüfung, es gibt Standards eigentlich und es gibt einen Pressekodex und der wird auch eigentlich eingehalten, aber da steckt halt leider das Wort eigentlich drin. Er wird zum Teil halt, wenn es um was geht, wird er verlassen. Und das ist schon immer so, nur in diesen digitalen Zeiten finde ich, es ist teilweise fahrlässig und das würde ich mir wünschen, dass das nicht so ist. Vielleicht, was wir mal machen können, können wir mal Workshops machen mit Journalisten zum Thema, um halt einfach auch so Basiswissen zu verbreiten. Es gibt einfach Irrglauben über Elektromobilität. Eben, das verbraucht so viel Wasser, aber da liegt so eine gewisse Gewinnung. Ist totaler Quatsch, sie brennen öfter. Ist totaler Quatsch und so weiter und so fort. Und es gibt noch viele, viele Irrtümer, wo man einfach mal Journalistinnen oder Journalisten so ein paar Grundfacts beibringen müsste, damit die nicht mehr auftauchen. Weil das ist das Ärgerliche, dass da, ich sag mal, Fakten mit Erfahrung, in Anführungszeichen, also letztlich, und das ist das Problem, anekdotischem Wissen. Ich sage immer, dass das, wenn ich was anekdotisch weiß, dann sage ich, Leute, das habe ich mal erlebt, ich weiß aber nicht, ob das so ist, aber viele Leute denken, mir ist das passiert, das ist immer so. Und das ist, wenn ich das bei Journalisten erlebe, denke ich mir, so kannst du nicht arbeiten. Und das finde ich dann wirklich ein bisschen schade. Aber da musst du auch ganz klar sagen, dazu musst du ja auch die Bereitschaft haben, offen zu sein, eben dieses auch anzunehmen. Also ein Beispiel, das hast du selber in deinem Vorwort im Buch geschrieben, dass es eben vom Verlag da nicht angenommen wird, dass du so gerecht bist. Nein, nein, ich habe einen Menschen, der Motorjournalist ist, engagiert und bezahlt, damit er es lekt. Ach so, er hat es tatsächlich auch gemacht. Ja, ja, aber wir haben uns trotzdem gestritten. Wir haben trotzdem wie die Kesselflinger gestritten. Ja, aber über Fakten. Und da lasse ich nicht mit mir reden. Ich bin Journalist und wenn die Physik ist, wie sie ist, dann ist sie so. Da kann ich leider nichts dran ändern. Und Elektroautos brennen halt maximal genauso auf den Verbrenner. Es gibt Studien, die darauf hinweisen. Und das muss man auch so formulieren. Wenn ich nicht genau weiß, muss ich das so formulieren. Ich finde, es gibt halt da teilweise zu leichtfertigende Wunder mit. Weil manche Journalisten kennen wir eben auch von bestimmten Medien, die meinen, sie müssten für irgendetwas kämpfen. Und ich finde, da ist Elektromobilität legitim. Weil sie bedeutet, dass mehr Menschen überleben. Das wissen wir. Es gibt keine. Und der Klimawandel existiert. Das wissen wir inzwischen. Und da gibt es nichts zu diskutieren. Und das müssen Journalisten einfach so akzeptieren. Ich würde in einer Kleinigkeit widersprechen. Ich glaube, Journalisten sind nicht diejenigen, die für etwas kämpfen. Journalisten sind diejenigen, die über die berichten, die kämpfen. Für die Wahrheit kämpfen. Ja, natürlich. Okay. Da kommen. Aber ich glaube, das ist halt ganz wichtig. Es gibt Aktivisten und es gibt Journalisten. Und es ist immer schwierig, wenn sich das miteinander vermischt. Und es gehört dann zum objektiven Journalismus eben auch dazu, dass man sich nicht vor den Karren spannen lässt. Wider von der Mineralöl-Lobby noch von der Elektromobilität-Lobby. Nein, das ist schon klar. Aber es gibt bestimmte Prinzipien. Da, finde ich, muss jeder Mensch Aktivist sein. Das ist Schutz unseres Planeten. Das ist einfach ein Grund. Faschismus. Ich kann es nicht akzeptieren, dass faszinistische Inhalte in der Presse auftragen. Und es gibt so ein paar Punkte. Da kann man nicht drüber diskutieren. Absolut. Aber das hat dann ja auch nichts mit Aktivismus aufgenommen. Das sind die Grundpfeiler unserer Gesellschaft, in der wir leben. Auch nasiert natürlich guter Journalismus. Da sind wir halt dann als Menschen dann auch schon alle Aktivisten. Wir sagen, es muss eine Moral geben. Wir müssen unseren Planeten schützen. Wir müssen Menschenrechte schützen. Aber gleiche. Da gibt es ja... Und dafür kämpfen wir. Natürlich nicht für irgendwelche Themen. Und das meine ich ja auch. Das kann nicht sein, dass ich denke, ich als Journalist bin jetzt der große Kämpfer für, keine Ahnung, irgendwas. Und auch bei der... Und nach dem Grundannahme, dass wir Elektromobilität brauchen, damit wir überhaupt überleben können. Das ist halt unstrittig. Danach kann man aber viel diskutieren. Ob der Tesla besser ist oder ob der VW besser ist oder ob man Hybride noch einsetzt so und so lange oder wie man da hinkommt. Kann man alles diskutieren. Nur zu sagen, nee, Verbrenner brauchen wir noch. Dann werden wir alle sterben. Also, oder sehr viele. Das ist ein schönes Bild. So, ich komme jetzt gerade mal auf die Ruhe. Wir kommen dem Ende schon tatsächlich jetzt nahe. Insofern möchte ich jetzt einfach mal David das Wort geben. Abschließend nochmal. Was ist vielleicht deine Empfehlung? Was nimmst du mit raus? Was möchtest du vielleicht nochmal mitgeben? Und dann auch an die anderen gerne nochmal einmal ein schönes Abschlusswort. Das ist gar nicht so einfach. Weil ich selber auch keine gute Antwort darauf habe, ehrlich gesagt. Wie ich selber mit den Medien, die auf mich von überall einprasseln, umgehe. Und ich denke, man muss einfach wirklich aufpassen. Und ich fand vorhin den Punkt, den Christoph gesagt hat, super zu sagen, okay, ich warte auch mal. Ich hätte mal fast eine amerikanische Politikerin schwerst diffamiert wegen Bestechung und kam raus, war halt nicht. Und ich habe dann Gott sei Dank das nicht in den Podcast gebracht, sondern dachte, dann mache ich in der nächsten Folge vielleicht. Und ja, hatte ich dann Glück. Das hätte aber auch genauso gut sein können, dass ich das halt dann doch mache. Und dann passiert einfach so schnell. Und ich finde, man muss einfach aufpassen, vor allem sich bewusst sein, gerade dass Social Media einfach nur dazu da ist, uns aufzuregen und die Watchtime zu erhöhen. Und das der Fokus ist. Und ich glaube, wenn man das weiß und im Hinterkopf behält, dann haben wir vielleicht eine Chance. Wir machen mit Jochen weiter erst, okay? Hältst du es aus? Ich finde, dieses Abwarten, da steckt schon was dran. Also wenn ich mich so an meine Kindheit erinnere, da war irgendwie Helmut Kohl Bundeskanzler und es gab einmal am Tag irgendwie eine Nachrichtensendung, die man als Kind geguckt hat und irgendwie das Gefühl war, dass alles ausgeruhter funktioniert hat. Und im Vergleich dazu, im Vergleich zu den 80er Jahren meiner Kindheit, macht das heute, wenn ich alle Alarme einstellen würde, alle 10 Sekunden Ping in der Hosentasche, weil irgendwo, irgendjemand etwas publiziert. Und ich halte das manchmal auch gar nicht aus. Manchmal konsumiere ich auch einfach nur, keine Ahnung, abends die Tagesthemen und lese sonst nichts. Und ich bin ganz froh, dass ich das erst am späten Abend mache, weil sich bis dahin vielleicht ganz vieles wieder runtergekocht hat, sich ganz vieles schon wieder erledigt hat. und einfach ein ausgeruhterer Medienkonsum von Quellen, bei denen man sich darauf verlassen kann, dass sie in aller Regel mir ein ausgewogenes Bild liefern. Ich glaube, das ist wichtig. Danke, Jörg. Und was auch ganz kurz, ich kann nur einen alten Kollegen zitieren, der sagte mal, Fakten, Fakten, Fakten. Und das finde ich das absolut Wichtige. Sich nochmal hinsetzen oder eben bei vielen Themen einfach mal so drei Meter zurückgehen und mal versuchen, den Überblick zu kriegen und noch mehr Fakten zu gewinnen. Und das hat mir immer wahnsinnig geholfen. Und das hat immer, wenn ich so gearbeitet habe und ich habe immer so gearbeitet, hat es dazu geführt, selbst wenn Leute dann gesagt haben, das kann nicht stimmen, das hat immer gestimmt, weil ich einfach bestimmte Regeln eingehalten habe. Und ich glaube, wenn man dieses Handwerkszeug anwendet, dann kann das funktionieren. Und da verstehe ich halt manche Leute nicht und das finde ich, das geht einfach nicht. Und da hoffe ich, dass da, ich sage mal, der Journalismus in Zukunft vielleicht noch ein bisschen mehr, gerade unter diesem Druck, den du beschrieben hast, wo man minütlich raushauen muss und eben Falschmeldungen in Äther geschickt werden, noch und nöcher, einfach mehr Ruhe und vor allem eben mehr Faktencheck bringt. Und das wäre mir sehr lieb, dann würde vieles nicht passieren. Ja, dann bedanke ich mich jetzt bei euch, David, Jochen, Christoph. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen so einen Einblick bekommen auch von Journalisten, was das ganze Thema Berichterstattung angeht. Ich fand es jetzt gerade sehr, sehr interessant, von jedem von euch auch die jeweilige Meinung zu hören. Wir sind durch jetzt von der Zeit her, also war jetzt der letzte Redebeitrag auf. Also danke. Ja. 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 Ja.